recht herzlich willkommen zur 87 folge von towns ja wir sind im spiel und unser bergmann ist das hier wohl oder ist er doch nicht sah so aus ist aber nicht gut darrell mr darrell ist irgendwo unterwegs keine ahnung wo aber vielleicht macht er irgendwann mal was aber wenn das geht dann gut gut naja oben gucken wir weiter werden unser zimmer hier fertig gut aber ich würde auch sagen oder war es nur der folge der mädler aufgefallen das kann auch sein ja da kann man noch viel machen wir machen mal auf jeden fall ein schneller ja kann viel gemacht werden schön wenn es dann läuft oder aber läuft gerade gar nichts wo die sind am essen machen vor allem wohl aber brot und so ist genug da können wir gerade mal reingucken wie viel das ist zehn brote vier äpfel drei bieren könnten also schon wieder hier was machen aber da oben war noch eher alles voll genau da machen wir hier oben noch einmal pflücken ich wollte laufen sie dahin und pflücken da das obst wie sieht es mit der happiness überhaupt aus 25 ist schlecht ja holz wird geklopft wird gerade gemacht da kommt einer und baut dann steine ok der rest ist wahrscheinlich im garten und pflückt obst einige auf jeden fall reingelaufen der hand kräht auch schön betreide wird auch abgeerntet passt alles eigentlich läuft nur hier läuft irgendwie nicht aber 26 sogar stiegen ja eigentlich ist jetzt warten wieder angesagt ist doof zum zugucken warten aber ist so hier alles abgebaut sieht so aus ist die frage ob wir dann normal machen wir jetzt nicht wir haben hier überall steine herumliegen das ist ja auch ganz gut so das heißt es kann auch was gebaut werden oder hat er gerade holz gefällt ja ich mache jetzt mal nix wir gucken mal nur zu ja gucken zu ist gut weil hier oben ja und was gepflückt werden muss wohl ostheit ist schon fertig ja da sind noch ein paar hier sind noch ein paar da schon fertig aber keiner da der hier pflückt da kommen wieder welcher okay die machen auch schön da nicht aber hier 23 und dann geht jetzt auch 1 2 ok und dann sind noch drei bäume 2 1 keiner und jetzt noch hier da sind noch welche 2 1 und der letzte geht bestimmt dahin und macht das da dann ist das schon erledigt wunderbar gut geerntet haben wir weiter hier oben geht es auch ein bisschen voran oder macht auf jeden fall den anschein woher sind viele gerade an holz fällen firma holz ist da einer hat auch gerade schon was wieder getragen passt also ja hier oben geht es also auch weiter immer schön gucken dass keiner um irgendwie hängen bleibt oder vergessen haben die treppe zu haben läuft was macht ihr bin es 28 die steigt sogar wunderbar steine kommen ohne ende das ist gut und wieder einer noch eine richtig beschäftigt hier die löcher zu stopfen von der decke da kommt wieder einer und hier hin geht es weiter schön happiness die decke bauen können dann sind wir richtig glücklich glaube ich glaube denn ihr lieblingsshop holzverarbeitung 30 aber ob wir da 18 hinkriegen ist noch andere feier hier unten wird aber geklopft jetzt gerade nicht da wird gepflanzt ok ja es wird weiter gemacht auf jeden fall mit holz ich würde mal umpflanzen oder wie ist das so und dann können wir den auch umnieten wenn der abgeerntet ist da liefen gerade auch wieder welche hoch ich glaube der zweite hat keine äpfel daran oder vielleicht komm zack kann man nicht sag schon ach so hier können wir dann auch wieder rückgänge machen da wird jetzt gerade viel gemacht kommt einer und gräbt um oder so nein nicht wirklich aber sie fordern das holz ein sieht schon ganz gut aus oder ist das loch ne das loch ist gar nicht da müssen wir doch mal gerade einsteigen dass wir das noch zu machen so können wir jetzt ausmachen den baum hat schon einer umgenietet und wurde gerade weggeholt kann man auch umändern das hat noch keiner gemacht das zimmer ist dann auch zu da ist auch zu happiness wie sieht es da aus wieder runter gegangen verstehe ich nicht aber egal ja eigentlich kann ich die reihe bis dahin durchziehen das loch muss noch gestoppt werden und das kommt auch schon gut alles fertig bis auf die neue reihe die wir gerade gezogen haben und hier kann man noch hochgehen hier müssen wir gerade noch können wir noch einen übergang hinzaubern dass da schon mal zu ist ja wir sind kräftig dabei das zu schaffen das zimmer zu machen da kommen sie und bringen und bringen und bringen das richtig gut na jetzt machen so richtig viel holz 26 steigt wieder ja die sind voll auch beschäftigt mit der holz arbeit wo gehen die denn lang okay und ist klar aber das war jetzt schon ja ein übergang es muss nur das mit der tür klappen und funktioniert auch da wieder hoch können wir hier gehen ja ist der einzigste aufgang jetzt oder wie sehe ich das ok noch ein stein dann können wir glaube diese ganze reihe machen vorne nicht oder aber bis dahin geht das jetzt hätte ich die shift-taste gedrückt halten können dann wäre hier auch was gegangen da haben wir das auch abgedeckt die tür kann man auch machen da und da machen wir auch und den sturz genau machen ja macht ihr schon mal guten eindruck die laufen hier überall hin und machen alles zu und wenn wir schon dabei sind dann würde ich sagen machen wir das hier gerade auch das geht ja eigentlich schon komplett bis dahin müsste gehen komm mach mal die seite ist da dann können die da auch draufgelegt werden ach das auf der tür das klappt nicht dann machen wir schnell was weg das machen wir schnell weg der geht dann können wir die wieder hinsetzen die zwei der wird runterfallen weil die beiden links und rechts noch nicht sind frosch im hals läuft kann man nicht anders sagen oder und noch einer der flur wird auch zugemacht 26 wird auch nicht mehr läuft händler kommt weiter laufen lassen bis er dann da ist jo nahrungsmittel wie sieht es damit aus sieben brote keine äpfel keine bieren die sind alle weg ok dann würde ich mal sagen fangen wir hier unten an oder und machen das wieder so jetzt ist der händler da gucken wir mal gerade rein der bringt rüstung aus kronen oder klamotten aus knochen bringt er ne und der will die drei haben die kann er auch haben ja das paar schuhe hätte ich gerne sonst ist da ja auch nicht so viel jetzt wo ich sagen würde da ist noch ein paar schuhe dann kann er das dafür haben alles weg machen wir doch oder und wieder laufen lassen bringt er mal die klamotten ist er glücklich und wir haben noch ein paar schuhe dabei die wir vielleicht noch nötig brauchen denn da waren auch welche ohne schuhe oder vertue ich mich da jetzt noch da ist auf jeden fall einer zwei sind ohne schuhe die würden wir dann dazu kriegen und die liegen da auch schon also auch die möglichkeit die anzuziehen spiele sind pausers würde bedeuten das muss ein angriff sein oder ja ist aber nichts wildes weiterlaufen so dann müssen wir mal gucken ob da mal einer vorbeikommt und sich die schuhe anzieht aber ich habe da noch nicht mal die vermutung dass sie das machen und da schmeißt einer den Knochen noch in den Ofen anstatt den dämen dabei zu bringen ja keiner kommt und zieht die schuhe an wafo-fetischisten sind das wahrscheinlich oben das dach ist gleich fertig da laufen lauter Holzsteine hoch Holzklötzer, nicht Steine, Klötze der Handgrät hat gerade wieder was gekriegt der Händler da brauchen wir nur noch zweimal Knochen den Rest hat er schon bekommen und wie sieht es hier oben aus? auch ganz schick, ne? gut Schuhe hat noch keine angezogen happiness ist aber auch 29 das ist doch cool ja, vielleicht kriegen wir das hier noch zu aber das wird wahrscheinlich dann erst in der nächsten Folge so sein, ne? diese schaffen wir das nicht mehr obwohl da gerade, glaube ich, einer wieder hochkommt mit dem Holzblock konnten wir jetzt nicht sehen, oder was? naja, okay aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss